Digitalisierung hat bei uns im Unternehmen schon immer eine relativ große Rolle gespielt und insbesondere mit der Easy Car Wash Funktion, das war halt auch das Hauptaugenmerk, weshalb wir dann die Smart Care genommen haben in Kombination mit Easy Car Wash. Also Easy Car Wash ist natürlich die neue einfache Art und Weise seine Wäsche zu starten. Dazu braucht man ganz einfach sein Handy, indem man dann dort die Easy Car Wash App öffnet. Natürlich muss man sich zuvor registrieren als Kunde, der bei uns halt gerne waschen möchte, hinterlegt dort ganz einfach eine Zahlungsmethode, in der Regel eine Kreditkarte, gibt sein Kennzeichen ein und dann kommt man zu uns an die Anlage, stellt sich vor die Waschanlage und dann die an der Anlageneinfahrt installierten Kameras erkennen automatisch das Kennzeichen und dann kommt auch sofort eine Meldung auf der App, ob man jetzt waschen möchte. Dann betätigt man die ganz einfach und dann wird man in der App durch den ganzen Programmablauf geleitet. Wenn man die bestätigt hat, kann man sogar bei uns dann noch auswählen, weil wir die Drive-In-Funktion haben, ob man draußen warten möchte oder drinnen sitzen bleiben möchte. Und wenn man das alles ausgewählt hat, wählt man nur noch Wäsche starten und dann fährt man in die Anlage rein. Und wenn man draußen warten wollte, betätigt man dann halt draußen einfach den Start-Button. Ansonsten bleibt man sitzen und nach wenigen Sekunden fängt dann die Anlage von alleine an zu waschen. Für den Kunden ist es natürlich auch insbesondere mit der Flatrate-Funktion so, dass er dann für einen angemessenen monatlichen Beitrag so oft waschen kann, wie er möchte. Muss dann genauso wenig, wie auch wenn man eine Einzelwäsche kauft, nicht mehr in den Shop kommen und sich dort die Wäsche kaufen, sondern kann direkt an die Anlage ranfahren, reinfahren und waschen. Also durch Easy Car Wash haben wir schon neue Waschkunden bekommen. Selbstverständlich haben auch Stammkunden dann die Angebote genutzt, insbesondere die Flatrate-Funktion. Aber wir sehen schon, dass insbesondere im Bereich der Einzelwäsche oder auch, wir haben auch das Wash Wallet, also Waschguthaben, neue Kunden dazugekommen sind, die unserer Auffassung nach heute öfter waschen als vorher.